Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video Übung 8 und deren Musterlösung anschauen. In Übung 8 ging es darum, dass wir für die Kontaktverwaltung, die wir bereits geschrieben haben, Persistenz hinzufügen sollen. Das heißt, wir sollen die Kontakte, die wir hier verwalten, am Ende des Programms in eine XML-Datei schreiben. Und zu Beginn des Programms sollen wir versuchen, diese Daten wiederum zu laden. Wenn das Ganze nicht funktioniert, sollen wir die drei Standardkontakte, die standardmäßig zur Verfügung stehen, laden. Das heißt, wenn genau diese Datei nicht existiert. Dazu kann man eben diese Klassen verwenden, die wir auch in der Vorlesung schon zu Gesicht bekommen haben. Und genau das werden wir jetzt machen. Ich habe hier für diese Übung eine neue Solution inklusive neues Projekt erstellt und einfach den Source-Code aus Übung 3 hier herüber kopiert. Das heißt, wir können das Ganze auch bilden und das funktioniert. Und wenn wir hier F5 drücken, sind wir wie gewohnt hier in unserem Programm, können uns alle Kontakte anzeigen, neuen Kontakt erstellen, bestehenden Kontakt löschen. Und das wäre dann eben, was weiß ich, der Walter und dann kann ich das Programm beenden und so weiter. Funktioniert wie bisher. Gut, das Erste, was wir machen müssen, was auch hier in der Anleitung steht, ist, dass wir die Assembly System Runtime Serialization mit hinzufügen müssen, weil dort eben einige dieser Klassen hier, insbesondere die drei hier oben, enthalten sind, die standardmäßig eben nicht referenziert sind. Das heißt, ich mache hier einen Rechtsklick auf Add Reference, Entschuldigung, einen Rechtsklick auf References und wähle dann Add Reference aus. Gehe dann auf Assemblies, das muss hier oben ausgewählt sein, im Framework und kann hier dann rechts um im Search-Feld einfach direkt System Runtime Serialization eingeben und dann sieht man schon, hier sind bloß noch zwei Einträge, mache ich hier einfach ein Häkchen hin und drücke OK. Damit ist diese Assembly mit eingebunden und wir können die Klassen, die in ihr enthalten sind, mit in unserem Projekt einsetzen. Gut, das Erste, was wir machen müssen, ist, dass wir unsere Klasse Kontakt, die wir hier haben, eben mit den entsprechenden Sachen ausstatten. Das heißt, ich sage hier, dass es ein Data-Contract sein soll. Das sagt letztendlich nichts anderes aus, als dass der Serializer dann weiß, dass er diese Klasse serialisieren darf und er nimmt dann eben alle Eigenschaften oder Felder, die wir mit dem Data-Member-Attribute kennzeichnen, mit in den Serialisierungsprozess auf und erstellt daraus XML. Das heißt, wir wollen den Vornamen haben, deswegen setze ich hier Data-Member. Wir wollen den Nachnamen haben, deswegen setze ich hier Data-Member. Wir hätten eben gerne die Telefonnummer, die E-Mail, das Geburtsdatum, das Alter brauchen wir nicht und auch das brauchen wir nicht. Also im Prinzip alles, wozu ein Feld existiert. Wenn wir solche Eigenschaften wie Vollernahme, die eben bloß die Felder von zwei anderen Werten verbinden, mit einsetzen wollen, dann macht das keinen Sinn. Okay, so sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt unsere Klasse Contact mit den entsprechenden Dingen ausgestattet. Das nächste, was wir machen müssen, ist, dass wir uns eine Klasse schreiben, in der wir tatsächlich einen beliebigen Objektgraf serialisieren können. Und das kennen wir eigentlich auch schon aus der Vorlesung. Das ist eben der Persistenz-Service. Da hatten wir eben eine Methode drauf, die heißt Speichere Objektgraf. Und wir müssen hier eben einen Dateipfad mit angeben. Und dann können wir das Ganze auch noch mit T-Parametrieren. Und übergeben hier noch das Root-Objekt. Ich schiebe das gleich mal in eine eigene Datei, diese Klasse. So, das Erste, was wir natürlich erst überprüfen, ob diese Dinge hier nahe sind. So, dann brauchen wir eben einen XML-Writer in diesem Fall. Den initialisiere ich erstmal so. Dann gehe ich in einen Try-Catch-Block. Wobei ich eigentlich keinen Catch-Block brauche, sondern einen Finally. Und in diesem Finally-Block, das können wir ja gleich schreiben, versuche ich eben, wenn der Writer noch nicht richtig initialisiert ist, diesen Writer zu schließen. Okay, dann initialisiere ich mir meinen Writer. Das funktioniert eben nicht über einen Konstruktor bei dieser Klasse, sondern über eine sogenannte Factory-Method, die statisch ist und auf XML-Writer definiert ist. Die Create heißt, wir können hier entweder einen Stream übergeben. In der Vorlesung habe ich es eben so gezeigt, dass ich mir hier vorher erst einen Datei-Stream erstellt habe. Man muss es nicht machen. Man kann auch direkt den Dateipfad angeben. Und wir wollen hier eben noch XML-Writer-Settings mit angeben, die eben aussagen, dass wir den Indent, genau, gleich True, also dass sozusagen für uns das XML lesbar wird. Und Indent heißt ja auf Deutsch nichts anderes als Einrückung. Also es wird sozusagen, wenn ein neuer Knoten kommt, umgebrochen, eingerückt. Oder besser gesagt, ein Subknoten wird umgebrochen und eingerückt. Und das eben mit diesen vier Leerzeichen hier, die ich in diesem String angegeben habe. Okay. Wenn wir das haben, brauchen wir einen Data-Contract-Serializer. Contract-Serializer. Und dem müssen wir eben dem Typ dieses Root-Objekts geben. Das können wir eben mit GetType machen. Und wenn wir das haben, dann müssen wir den Data-Contract-Serializer bloß einsetzen und sagen Write-Object. Wir übergeben diesen Writer und das Root-Objekt. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Das ist eben die erste Funktion. Man gibt hier den Dateipfad an, wo die Datei landen soll. Hier eben das Objekt oder das Root-Objekt zum Objektgrafen, der serialisiert und gespeichert werden soll. Und dann braucht man hier im Wesentlichen diese drei Zeilen oder drei Anweisungen, um das Objekt zu serialisieren und speichern zu lassen von den entsprechenden Klassen. Dann machen wir gleich noch die andere Richtung. Wir geben hier eben ein T zurück. Wir nennen das Lade-Objekt-Graf. Und wir brauchen hier natürlich bloß eine Dateipfad. Den müssen wir natürlich auf Null überprüfen. Hier erstellen wir uns eben einen XML-Reader statt einen XML-Writer. Dann erfüllt es auch. Ich brauche natürlich ein Try. Finally Block wieder. Und auch hier können wir eben wieder diesen Reader über eine sogenannte Factory-Method erstellen. Der braucht aber sogar... Ich muss mal ganz kurz hier oben noch schauen. Ah, genau. Der braucht tatsächlich eine URI. Ich sehe hier jetzt keine Überladung, dass wir hier einfach eine Input-Uri nehmen können. Deswegen werde ich hier direkt mal einen File-Stream erstellen. So. Und dem gebe ich eben hier den Dateipfad an und sage, dass ich diese Datei bloß öffnen möchte. Dann stellen wir hier diesen XML-Reader, in dem ich den File-Stream übergebe. Und auch einen Data-Contract-Serializer in diesem Fall. Der eben dafür eingesetzt werden kann, das Ding nicht nur zu serialisieren, sondern auch zu deserialisieren. Hier müssen wir uns eben das Type-Objekt über den Generic-T holen. Und was wir dann machen, ist einfach, wir sagen, wir casten den Rückgabewert in T, den Data-Contract-Serializer, gibt eben hier ein Object zurück in allen Fällen. Und wir können hier dann eben diesen XML-Reader übergeben. Also im Prinzip genau das Gleiche, was wir in der Vorlesung gesehen haben. Nichts Besonderes in dieser Hinsicht. Und diese Klasse müssen wir jetzt eben hier in unserem Programm, das noch nicht wirklich objektorientiert ist, einsetzen. Punkt 1, den wir hier oben haben. Also ich werde, ich habe es im letzten Video zu dieser Aufgabe, das war, glaube ich, Übung 3, schon gesagt, dass das noch überhaupt nicht objektorientiert ist. Aber ich werde das mir für ein späteres Kapitel, die objektorientierte Analyse, aufheben, indem wir dann eben aus diesem eigentlich prozedualen Code, das hat mit Objektorientierung hier überhaupt nichts zu tun, tatsächlich objektorientierten Code machen. Und ich hoffe, dass das dann nochmal ein bisschen besser zum Verständnis beiträgt, was denn überhaupt der Unterschied ist, zwischen prozedualem und objektorientiertem Code. Anyway, an dieser Stelle haben wir eigentlich bis jetzt immer diese Standardkontakte, die in unserem Programm sind, aufgenommen. und wir werden hier eben jetzt mal unseren Persistenz-Service initialisieren oder instanzieren. Okay, was wir jetzt eben machen können, wir versuchen jetzt hier in einem Try-Catch diesen Objekt-Graf zu laden. und wir hätten hier eben gerne eine Liste von Kontakten. Wir müssen natürlich einen Dateipfad angeben, den können wir jetzt direkt hier oben festlegen. Das ist eben unser Dateipfad, der heißt nichts anderes als Kontakte.xml. Wir geben das hier mit rein. So, und wir versuchen hier jetzt eben IO-Exceptions zu fangen. Und wir werden auch direkt die Liste von Kontakten hier oben definieren. Hier erstmal mit Null initialisieren und sagen einfach, die Kontakte sollen hier drin sein. Wenn wir diese IO-Exception fangen, dann machen wir im Wesentlichen das, was wir hier oben sehen. Wir werden eben die Kontakte hier mit den Standardwerten initialisieren. Und das Programm bricht eben nicht ab, weil wir beim Dateizugriff eben nur diese Fehler hier, also irgendwas, was von IO-Exception ableitet, hoffentlich bekommen. Wir geben dann aber noch dem Nutzer eben aus. Kontakte konnten nicht geladen werden. Standard-Kontakte werden bereitgestellt. Und wenn wir das eigentlich jetzt haben, könnten wir jetzt loslegen, dass wir das Ganze mal so ausprobieren. Ich werde mal durch diesen Code jetzt durchgebaggen. Wir fangen eben hier an. Wir sind beim Persistenz-Service. und machen hier jetzt eben den Versuch, dass wir das Ganze laden. Wir können auch direkt mal in die Funktion reingehen. Wir sind hier jetzt eben in dem Fall, dass wir jetzt den File-Stream erstellen. Und hier sollte jetzt eine Exception eigentlich fliegen. Und wir sehen hier eben, dass wir tatsächlich in diesem Finally-Block ankommen. Und das heißt eben hier, dass wir in diesem Fall, in diesem IO-Exception-Block drin landen. Tatsächlich haben wir hier eben, um es genau zu nehmen, eine sogenannte File-Not-Found-Exception, eben weil diese Kontakte-XML-Datei noch gar nicht existiert, die wir hier eben versucht haben, anzusprechen und daraus die Daten zu laden. Okay. Dann machen wir weiter. Wir geben eben aus. Wir konnten die Kontakte nicht laden. Wir stellen die Standard-Kontakte bereit und gehen dann vollkommen, wie wir es sonst gewohnt sind, in unserem Programmablauf weiter. Wir können eben alle Kontakte anzeigen. Wir können gleich mal einen neuen Kontakt erstellen, wenn wir das möchten. Beispielsweise den Candy-Pflug. Okay. Das heißt, ich bin jetzt auch hier mit enthalten. Und im Prinzip können wir jetzt das Programm beenden. Es war vollkommen sinnlos, was ich jetzt gerade gemacht habe, denn ich habe ja noch gar nicht am Ende des Programms gesagt, dass ich speichern möchte. Okay. Das heißt, wenn wir aus dieser While-Schleife rauskommen, dann muss ich natürlich wiederum den Persistenz-Service einsetzen und den Objektgraf speichern, den ich haben möchte. Und das sind natürlich meine Kontakte, die ich hier habe. vorher muss ich den Dateipfad angewenden. Auch das mache ich in einem Try-Catch-Block. Es könnte auch hier sein, dass ich in irgendeiner Form eine Exception bekomme. Auch hier fange ich wieder eine IO-Exception und sage letztendlich hier ist bloß die Kontakte konnten nicht gespeichert werden. Hier sollte man eigentlich natürlich noch irgendwie was loggen, dass man vielleicht, also den User sollte man auf jeden Fall vor direkten Exception-Texten verschonen. Die sind überhaupt nicht daran interessiert, die Internas unserer Implementierung zu kennen. Wir sollten aber eigentlich hier sagen, dass wir hier noch einen Parameter wirklich draus machen in diesem Catch-Block für diese Exception und diese Exception irgendwo hinloggen oder irgendwie an uns als Entwickler übermitteln, damit wir sozusagen feststellen können, hoppla, hier ist was schiefgelaufen. Also im Prinzip sollte eigentlich eine Applikation weitgehend ohne Exceptions ablaufen. Es sollte nicht Standard sein, dass ständig Exceptions fliegen und die uns dann im Produktivsystem als Entwickler egal sind. Es kommt natürlich an, an welcher Stelle das ist. Ich meine, hier oben ist das Auftreten der Exception zumindest beim ersten Start der Applikation logisch, weil die entsprechende Datei nicht existiert. Aber wenn er hier beim Schreiben Probleme hat, dann sollte uns das einigermaßen zu bedenken geben. Wobei es kann natürlich auch sein, dass irgendeine andere Applikation gerade diese Kontakte XML blockiert. Also wenn wir diese beispielsweise mit Word öffnen, die ganzen Office-Produkte haben meines Erachtens die Eigenschaft, dass sie die Datei, die sie gerade geöffnet haben, blockieren. Das heißt, man kann nicht mit anderen Applikationen darauf zugreifen. Anyway, wir lassen es jetzt in dieser einfachen Variante. Wenn wir jetzt natürlich nochmal durchgebuggen, dann kommen wir hier wieder in diesen Exception-Block geben eben diese Fehlermeldung aus und können dann hier ganz normal weiter fortfahren. Also ich kann mir dann wieder einen neuen Kontakt erstellen. Und ich bin jetzt tatsächlich enthalten. Ich werde jetzt nochmal kurz einen Breakpoint hier unten setzen, wenn wir aus der Schleife rauskommen. Nicht beim Catch, hier unten. Okay. Und dann werde ich eben sagen, dass ich jetzt das Programm beenden möchte. Und wir landen jetzt tatsächlich hier eben außerhalb der Schleife und versuchen jetzt diesen Objekt Graph zu speichern. Das heißt, wir versuchen jetzt hier eben diesen XML-Writer aufzubauen, dann den Data Contract Serializer und dann schreiben wir eben hier die Datei und am Ende schließen wir den Writer. So, keine Exception aufgetreten, das Programm ist jetzt am Ende und wir sind draußen. Rein theoretisch, ich merke gerade, es sollte eigentlich Übung 8 heißen, nicht Übung 7. Das muss ich dann noch ausbessern. Im Wesentlichen könnten wir jetzt natürlich hier mal im Datei Explorer hier in dieses Debug-Verzeichnis gucken und wir sehen hier eben tatsächlich Entschuldigung, ich würde das haben. Hier ist eine Kontakte-XML-Datei, die jetzt eben parallel zu unserer Assembly liegt, die wir hier gerade ausgeführt haben und hier, wenn wir diese jetzt aufmachen, sehen wir tatsächlich, dass hier eben im Data Contract Serializer üblichen Format eben jetzt hier die Liste von Kontakten als Array of Contact abgelegt wurde. Das ist unser Root-Knoten im XML-Dokument. Ich könnte das Ding vielleicht auch mal in Visual Studio laden, dann sieht man es ein bisschen besser als in Notepad. Genau. Und wir sehen hier jetzt eben, dass wir jetzt die einzelnen Kontakte haben, die wir hier sehen und da bin auch ich schon mit enthalten, die wir hier unten feststellen können. Okay. dann können wir natürlich wieder zurückgehen und uns noch mal den Programmstart anschauen. Weil jetzt sollten ja tatsächlich das Laden möglich sein. Das heißt, wir haben hier jetzt eben einen XML-Reader und wir geben jetzt hier eben diese Liste Oh, hier ist eine Exception aufgetreten. Moment. Ne, es ist keine Exception aufgetreten. Entschuldigung, es geht ja immer in den Final-Di-Block rein. Blödsinn. Also bitte meine Aussage von gerade eben ignorieren. Und wir haben hier jetzt eben tatsächlich nicht die Standard-Kontakte drin, wie wir hier sehen, sondern Entschuldigung, hier eben tatsächlich vier Stück und ich sollte dann auch der letzte sein. Genau. Gut. Ich habe noch einen Fehler drin, glaube ich. Ich benutze hier ja einen File-Stream, den ich hier direkt übergebe. Also entweder ich muss ihn mit zumachen. Das habe ich hier, glaube ich, nicht vergessen, wenn ich hier lade. Das heißt, ich müsste eben gucken, ich müsste eben diesen File-Stream auch hier hoch auslagern, damit ich hier unten im Final-Di-Block drauf zugreifen kann. Und dann müssen wir hier eben diese variablen Deklarationen wegnehmen und direkt auf diese existierende gehen. was ich dann aber hier eben machen kann, dass ich hier genauso eben den Reader schließe und den File-Stream schließe. Das wäre eine Möglichkeit, dass man das macht. Das habe ich eben hier gerade noch vergessen. Wahlweise kann man aber auch einfach sagen, dass wir hier dem XML-Reader wiederum Settings mitgeben und wir sagen hier eben, dass er den Eingabe-Stream schließen soll mit Close-Input gleich True. Dann können wir uns das hier wiederum sparen, genauso das hier oben und dann brauchen wir hier natürlich wieder eine Free-App-Definition. Es kam gerade am Ende des Programms noch das Problem, also wir sind hier in diesen wo sind wir? Hier unten, genau, in das Problem gelaufen, dass wir eben hier noch diese Ausgabe gesehen haben am Ende des Programms. Das lag daran, dass ich beim Laden, wenn ich hier sozusagen lade und ich vergesse hier den File-Stream wieder zuzumachen, mit Close, hier in diesem Fall sorgt eben der Reader implizit dafür, dass das mit passiert, dann bleibt dieser File-Stream offen und wenn während unseres Durchlaufs der Garbage-Collector nicht läuft und diesen File-Stream deallokiert komplett, also eigentlich muss der Garbage-Collector zweimal laufen, weil ja der Destruktor vom File-Stream aufgerufen werden muss, dann bleibt dieser File-Stream offen. Komme ich jetzt hier unten an den Punkt, dass ich speichern möchte, dann wird ja hier bei diesem Create-Aufruf implizit ein neuer File-Stream auf dieselbe Datei erstellt. Der alte File-Stream von hier unten blockiert aber noch den Zugang zur Datei und genau deswegen sind wir hier eben in eine Exception gelaufen, die dann wiederum dazu gesorgt hat, dass wir nie hier bei dieser Zeile wahrscheinlich angekommen sind. Also es ist ganz wichtig, dass man bei Umgang mit nativen Ressourcen, wie es zum Beispiel Datei-Handles sind oder eben Zugriff auf Sockets über das Betriebssystem zur Netzwerkkommunikation oder was fällt mir noch ein, Datenbank-Zugriffe sind auch so ein typisches Beispiel. Das sind so die drei großen Sachen, Datenbank-Zugriffe, Datei-Zugriffe, Netzwerk-Zugriffe sind Sachen, da sind native Ressourcen mit drin, wenn man vergisst, die zuzumachen, wie es ich hier gemacht habe, weil ich eben diese Reader-Settings nicht mit übergeben habe, dann rennt man zwangsläufig wahrscheinlich in Exceptions, weil der Garbage-Collector nicht zu dem Zeitpunkt läuft, zu dem wir ihn brauchen, sondern der läuft ja nicht deterministisch los. Nichtsdestotrotz, das war eben die Lösung zu Übung 8, auch wenn hier noch Übung 7 steht, das werde ich jetzt natürlich gleich mal ändern, lass mich hier Übung 8 machen, und wenn Sie Fragen haben, gerne wie immer an mich, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, bis bald.